ab jetzt so einen wunderschönen guten tag einen guten montag der mond tag wunderschönen guten montag bernhard wünsche ich dir da ich dir auch lieber michael wir starten sind die booster woche auf block m mitten bernhard heute ich habe mir vorgenommen jeden tag so ein zwei interviews mit ein paar themen zu machen auch ein paar neue sachen werden dabei sein und wir haben heute den anfangen mit bernhard und wir wollten auch noch mal so zum abschluss vor weihnachten einfach noch mal den austausch gehen haben uns jetzt gerade überlegt über was soll man entsprechen und haben uns auf gar nichts so richtig einigen können und dachten einfach wir lassen es mal wieder fließen so eine idee war in die ruhe kommen so ein bisschen wie kann man in die ruhe kommen welche möglichkeiten gibt es da und bernhard ich begrüße dich ich dich auch lieber michael es ist ja mittag und weil du gerade angesprochen hast montag es ist ja früher hat ja die woche wirklich noch mit dem sonntag begonnen mit der sonne und der mond ist ja dann erst an zweiter stelle so lässt sich das alchemistisch auch übertragen die sonne an erster stelle und der mond an zweiter stelle und der mond leitet sich ja von der sonne das licht so sagt die wissenschaft genau und deswegen ist die achten andere sagen es ist ein raumschiff ja ich habe ja letztens noch mal was über den mond gelesen auch noch mal vom wein dreh das fand ich das sehr sehr spannend und sehr sehr spannenden vergleich ja mit dem kommt aus dem nichts und der geht in das nichts genau genau und sonne wird ja dem gold zugeordnet wenn wir hineingehen in die medalle und der mond dem silber zugeordnet und vielleicht weiß es auch bei wasser und bei feuer genau genau die phasen des mondes wurden in dem buch eben als dass als dieser 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 zyklus da da beschrieben dass der mond im prinzip genau das symbolisiert was jedes leben ist es kommt eigentlich aus dem nichts und es geht ins nichts und kommt wieder aus dem nichts und geht ins nichts das sind so die phasen die sich spiegeln also sehr sehr spannend deswegen haben wir ja auch aus dem griechischen den chronometer ja also den ablauf der zeit gestern heute morgen gestern heute morgen den kairos dann den gott der günstigen stunde genau und dort wird hier können wir jetzt hineingehen und sagen unser verstand will die zeit messen mit dem werkzeug das gestern heute morgen wenn wir vielleicht mal hinein denken dass einmal unser gesamter organismus im thema zeiten rhythmen ausgeliefert ist leben tot sein leben tot sein natürlich auch zell aufbau zell abbau einatmen ausatmen was immer wieder jetzt noch hinein fügen möchten genau das passt nur die sind wir dieselbe systematik ja und deswegen ist ja auch die frage zur stunde wie geht es da außen weiter orientiert sich das ganze an dieser ex potenziellen kurve verstand oder durch wandern wir das ganze aus einem zeiten rhythmus näher weiter weg näher weiter weg deswegen heißt es ja auch im urhebräischen bitte symbolisch gemeint manchmal ist gott näher und manchmal ist er weiter weg ja ja genau ich glaube ruhe ist gerade echt so ein thema ich glaube dass viele auch gerade so die idee haben diese ruhe sich sich nicht nehmen zu lassen und dann im prinzip das tun was man eben nicht als ruhig bezeichnet also gerade diese ganzen demonstrationen ich bin absolut auch befürworter für solche sachen dass man sich einfach nicht mehr unterdrücken lässt in irgendeiner form kann ich nur gut ziehen davor ist alles in ordnung man muss halt nur aufpassen dass die energien nichts ich sag mal aus und außer kontrolle laufen denke ich mal mich ja da haben wir ja die situation wenn du noch mal bitte hinein denkst wir haben vor zwei monate sage ich mal als zeitliche größte nicht genauigkeit hatten wir mal darüber gesprochen dass diese böse vier die böse vier bekämpfen muss und auf der anderen seite die liebe ist und dass das muss man sich bitte bitte auch noch auf der zunge zergehen lassen es muss diese energien geben warum können wir auch noch mal ein ausflug machen wenn wir zurückgehen ob es jetzt historisch aufarbeiten in der hermetischen tradition auch als aufarbeiten im hebräischen immer wird von zwei linien gesprochen ja nämlich die helle seite und die dunkle seite die hat es immer gegeben und die wird es immer geben nur die frage die dunkle seite mit welcher qualität in anführungsstrichen mit welcher aus kristallisierungs möglichkeit hier auf erden und mit welcher aus kristallisierungs größe in anführungsstrichen die weiße seite hier sein kann und wenn wir ein bisschen hinein denken und mal uns die frage stellen noch mal wo hatte der mensch noch menschliche anbindung zu sich die letzten 40 50 jahre wo das ist genau das das genau der springende punkt die anbindung zu sich weißt du die frage die sich glaube viele auch stellen dass woran was ist das die anbindung zu sich was ist das wie kann man das greifen also das ist immer so so dahergesagt aber so richtig für sich selber irgendwie so ein so ein so ein ding irgendwie greifbar zu machen dass man sagt okay dass das ist die anbindung zu mir ja für mich ist das etwas wo ich dann sagt dass das hat ausschließlich was mit meiner mit meiner selbstwahrnehmung zu tun genau wie ich mich begreife ja zum beispiel so ja ich frage was bin ich eigentlich oder wer bin ich eigentlich oder was mache ich hier eigentlich so in der art ja und da da stelle ich dann fest ja ich glaube dass das da eine ein weg ist in diesen in diese greifbarkeit zu kommen und für mich ist es in den letzten monaten so gewesen dass ich sage ich mache es wirklich am körpergefühl abhängig also vom körpergefühl ein Stück weit abhängig so je nachdem wie wie es mir geht was ich mir zuführe welche informationen nicht mehr zuführe wie es mir dabei geht ja noch und ja ergebnis ist für mich mich hat deswegen haben wir ja auch das letzte mal das thema gehabt mit diesem ich und dieses ich ich kann mich hier bitte nur wiederholen aber mit dem ziele dass unsere seherinnen und seher immer wieder bewusstsein schritte dabei machen ja das kennst du aus dem buch das du gelesen hast dann liest es nach zwei jahren wieder und dann sagt man ja habe gar nicht sehen dass das da drin steht habe das nicht gelesen genau geht mal weil dieser bewusstsein schritt eben gekommen ist ja und michael du und die große herausforderung ist wirklich zur stunde zu verstehen dass unser denken wirklich unser werkzeug ist das ist es sind unsere gedanken die wir hier brauchen auf erden damit wir überlebensfähig sind und davor ist die intuition die intuition die dir sagt was was gut was nicht gut für dich ist daraus das denken entwickeln das denke ich ist der bessere schritt ja dass man einfach sagt okay ich lasse die verstand brauchen wir ja da gehe ich ganz bin ich auch ganz klar mit an bord ja aber eben nicht in der form dass der verstand das kontrolliert sondern der verstand sollte das werkzeug sein ja genau einfach aus der intuition raus sagt okay das ist meine idee wie setze ich jetzt um dann kommt der verstand das kann ich dann schon tun genau weil ich sehr als werkzeug brauche und die herausforderung ist bitte in allen einweihungs wegen einweihung heißt ja die suche nach den eigenen wurzeln nach den ursprünglichen gleichen eigenen wurzeln und dort gibt es eben bestimmte stufen bestimmte schritte wie immer sie beschreiben möchtest und dort wird immer gesagt einmal die gedanken ruhe damit dieses äußere sind alles wird still gelegt werden kann damit diese gedanken ruhe in uns entsteht und wenn man es gerade auf die momentane phase übertragen ob jetzt menschen medien oder andere kanäle wir erzeugen beide diese unruhe diese verwirrung diese angst und sie müssen mit irgendwelchen dingen kommen damit sie in bleiben genau genau das ist die gefahr weil sie schmeißen uns unsere gehirne auch nur rüber 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 ich glaube das ist ein ganz wichtiger punkt ist verzeihung ich glaube die ganz wichtiger punkt ist auch dass man zu dem ersten impuls wieder vertraut genau und die herausforderung ist wirklich für jeden einzelnen mal sich mal zu hause hinsetzen oder wenn er spazieren geht dass er erstmal wahrnimmt was seine gedanken erstmal mit ihm machen wie viel gedanken aber wirklich in dem punkt ist selbst kommt genau aber wirklich in dem jetzt ist ja deswegen habe ich ja schon oft gesagt mal 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 ab in den wald mal die schuhe aussehen auch jetzt im winter egal das hält man schon mal eine minute aus dass man sich einfach mal auch wenn es arschkalt ist kann man ruhig mal machen das ist gar kein problem warum denn nicht das ist das gegen die norm dass es keiner macht das vielleicht einfach mal machen hinstehen wenn die füße dreckig werden na und einfach hinstehen und einfach mal spüren mal wieder so richtig ins gefühl gehen ja und dass das mal fließen lassen ja einfach mal gucken ob was passiert das kann ja kann ja sein und das ist eine entdeckungsreise wenn du damit anfängst ja kommen plötzlich im da kommt immer mehr ja das ist nur so der erste erste schritt einfach mal auch die gewohnheit ändern ja morgens mit rechts die zähne putz machst du einfach mal mit links und guck was passiert ja das ist einfach so sachen wo ich dann denke einfach mal raus und dann auch die eigenen hinterfragungen die die anlaufen müssen ja wo man sagt müssen okay können sollten ja wo man sich selber hinterfragt was ist für mich gut was ist für mich richtig was könnte ich tun was könnte ich nicht tun oder was sollte ich besser lassen so in der art also in der art da denke ich dann immer dass das und so antworten gibt die gerade wieder in die intuition zurückführen das ja genau das was im schulsystem in allen möglichen geschichten irgendwo abtrainiert wird ja wenn man sagt es ist nur der verstand es ist nur der verstand und eins und eins ist zwei und nicht drei oder fünf oder acht ja wobei eins und eins noch niemals zwei war erst muss man ganz klar sagen genau 36 ja wenn man die dieosophischen rechenweg nimmt ist 36 genau so also jetzt bitte noch mal hinein denken diese dieses automatische fliegenschwärme der gedanken die erzeugt worden sind durch das äußere wir selber hätten ja die möglichkeit haben die eigenschaft dass wir diese ruhe haben dass wir diese ruhe auch aushalten könnten nur meine erfahrung ist die letzten beiden jahre auch gewesen gerade bei menschen die fliegenschwärme in den gedanken hatten dass wenn sie ruhiger geworden sind wieder unruhig geworden sind weil sie ruhig geworden sind ja das muss man sich mal auf der zunge zergehen lassen in uns wohnt was das sich irgendwann daran gewöhnt hat diese fliegenschwärme der gedanken zu haben nimmst du das weg kommt unser gehirn und sagt hier stimmt irgendwas nicht ja das ist genau der punkt und wie wie schafft man das jetzt ja und wie kann man dem ein schnippchen schlagen also das geht immer so dass man sich selber so ein bisschen austricksen müsste ja so in der art dass das gefühl hatte hatte ich lange ja aber eigentlich ist es gar nicht notwendig das eigentliche was man begreifen muss ist dass das was in einem hoch kommt dass das was man sieht was man fühlt was man auch denkt in anführungszeichen ja einfach das richtige ist und darauf einfach vertraut einfach vertraut die letzten 14 tage war ich in zig seminaren drin ich habe fortbildung durchgeführt bin in bereiche reingegangen wo ich einfach mal gedacht habe es interessiert mich das guckt das möchte ich mir angucken und da habe ich erfahrung macht in den letzten zwei wochen wo ich jetzt eigentlich auch richtig weiß nicht ob man das merkt ich bin ein bisschen erschlagen noch ein bisschen müde weil das die letzten paar tage jetzt wirklich sehr intensiv war aber das was ich da mitgenommen habe aus diesen 14 tagen muss ich ganz klar sagen das hat mich jetzt wieder weitergebracht in in eine in eine richtung wo ich denke wow ich habe zum beispiel bis vor 14 tagen jeden morgen jeden morgen drei tassen kaffee drei drei tassen kaffee ich trinke jetzt seit 14 tagen meinen ersten kaffee immer erst so um die zeit ist ja ja michael erstmal ich muss dich enttäuschen auch besser weißt du es geht trotzdem es geht trotzdem ja genau der punkt genau und es ist gut ich muss dich enttäuschen du hast gerade gesagt du hast das gefühl dass nicht so gut ausschaust du schaust gut aus wenn du das sagst muss ich ja klar okay ja so noch mal ab und zu können wir auch mal jokes machen die andere seite bitte ist dass unser gehirn immer nach einem nutzen sucht ja das jetzt ein ja habe ich es jetzt schon ist es jetzt schon so weit und hier gehört dann auch wenn man zustände geht eine gewisse in der überlieferung heißt es willenlosigkeit nicht gleich wieder den nutzen suchen ja jetzt habe ich doch drei minuten meditiert ja warum ist es denn noch nicht ja man dauert es halt fünf minuten oder zehn und es ist wichtig einfach diesen zugang wieder zu kriegen ja diesen zugang zu sich ja was fließt denn dahinter drin kann das nur immer wieder gebetsmühlen art ich komme ich langsam vor wie so ein prediger also wurde jetzt muss das mal raus irgendwie aber nein das ist es echt das ist es in die eigene in die eigene energie rein und dann einfach mal aufpassen was passiert hier ja ich weiß dass es immer die gefahr besteht und unser gehirn dann aus sagt du wiederholst dich gerade das hast doch schon mal irgendwann gesagt nur die herausforderung ist dass wie bei uns auch bei mitmenschen es sind prozesse die stattfinden entwicklungsprozesse da muss dieser gedanke reiten dieser gedanke dann noch einer und irgendwann macht es klick dann sind wir wieder auf einer ebene gefängnis spiel wieder an da rein da rein und wieder macht es klick also die herausnahme des denkens im sinne ich habe mich jetzt wieder wiederholt das können wir gerne ein bisschen zur seite schieben denn wir sprechen hier von entwicklungsprozessen und bitte noch mal unser gehirn möchte so sind wir konditioniert worden ergebnisse dort geht es um zustände und nicht mehr um ergebnisse es kommt dann nämlich ganz woanders her und wer sich ein bisschen beschäftigt hat mit inneren bildern mit archetypen beschäftigt hat archetypen ursprüngliche bilder die auch aus uns herauskommen und nicht ach jetzt hätte ich es gerne wer da wartet kann lange warten wie ich immer das hake ja es kommt und wer dieses erleben hinter sich hat weiß sobald er dann versucht mit seinem verstand es zu einzunorden oder festzuhalten oder wow zusammen ist es wieder weg das verleitet mich tatsächlich zu der behauptung dass wir dass wir vermeintlicherweise auch durch die technische entwicklung mit allem was wir in den letzten jahrzehnten da damit gemacht haben eigentlich gar nicht in einem fortschritt sind sondern wir befinden uns in einem rückschritt rückschritt im sinne von immer weiter weg von von der individualität und der richtige fortschritt wäre tatsächlich das was draußen ist in irgendeiner form auch draußen zu lassen und es nicht so so zu sehen dass das jetzt irgendwie in eine lebensnotwendigkeit kommt ja das ist das was ich meine ich habe überhaupt kein problem damit wenn du wenn dir neue sofa kaufen willst dann kaufst doch ist doch alles in ordnung ist alles gut darum geht es doch gar nicht ja es geht darum dass man einfach für sich den eigenen wert wieder entdeckt und das vielleicht auch mal wieder zur geltung bringen lässt ja wir reden aber jetzt michael bitte von diesem inneren wert der einen zustand ist aber nicht gemessen werden kann der kann nicht gemessen werden nein das ist ja sonst wäre es ja wieder dieser äußere zustand das wir zur verfügung haben zu messen ganz genau und dann bist du wieder dabei jetzt hat der nächste ein anderes sofa das sofa ist besser als ist das ein besserer mensch nein darum geht es geht immer um den inneren und den inneren anspruch und den inneren wert der muss auf sich gerichtet sein was bin ich denn eigentlich ich habe das schon so oft gesagt ich bin von sieben milliarden menschen der einzige der der hier so sitzt so aussieht und so spricht eigentlich müsste ich im lufre hängen ja die einzigartig genau wie die mona lisa auch aber bitte bitte dass die aufgabenstellung war von der anderen seite eine gleichmacherei weil dann kann man die menschen besser führen und nur wenn sie im gleichschritt laufen genau dann habe ich sehe so und also war denen ihr ziel über moral zu sagen wir sind alle gleich alle menschen sind gleich alle alles ist gleich und das ja auch stimmt eigentlich nur nur eben nicht das ist nicht so gemeint also ich sehe schon dass alle menschen gleich sind aber wird gleich im sinne des respekts okay von der seite her möchte ich sagen also im sinne des respekt vor der eigenen und vor der anderen einzigartigkeit das ist gleich so sehe ich da bitte mal noch mal den gedanken mit hinein wenn dieser respekt zu mir selber beginnt wieder was da durch die gleichmacherei weggenommen worden ist wenn dieser eigene respekt wieder kommt ob ich will oder nicht gebe ich das als auskristallisierung nach außen weil das was innen ist kristallisiert sich raus aber bitte nicht wieder mit nutzen verbieten sonst ist es wieder diese falle in dem die menschen hinein geht damit sind wir wieder der ideologie in dem moment wo du es wo du es wo du wieder raus gibst dass du ja die lösung für alle hast ja als einigen satz normierst du schon wieder alles und dass das ist nicht die zukunft da sehe ich keine zukunft mehr drin ganz ehrlich und deswegen ist auch alles was da kommt mit mit leben ohne staat und unter einer führung und was weiß ich das kann nur noch funktionieren aus meiner sicht wenn wenn jeder begreift dass er in sich in ordnung ist und dass alle anderen nicht auch in ordnung sind und dass man das einfach respektiert ich habe letztens mal nur mal so ein mathematisches beispiel es wird uns immer erzählt wir haben sieben milliarden menschen ich glaube das alles nicht das ist mir alles zu abgehoben ich kann es beim besten will ich kann es nicht glauben und selbst diese sieben milliarden habe ich das wenn ich das mal hochrechnen sagt dass jeder mensch eine fläche braucht zum circa 10.000 quadratmeter um autark leben zu können mit kleinen häuschen mit allem was er anbaut mit allem was man braucht ja momentan ist die habe ich das ich habe das mal kalkuliert dann haben der wikipedia erdfläche und habe dann sagen sind wir bei na wie wollte ich sagen wir haben wir haben momentan jeder mensch 16 bis 18.000 quadratmeter zur verfügung so rum ist es also wir sind von den 10.000 minimum die ich jetzt mal festgelegt habe noch meilen weit weg das erreichen wir erst im jahr 2100 wenn uns schon keiner mehr lebt ja das heißt wir können nicht mal prüfen ob dann 16 milliarden menschen leben oder nicht sehr also man könnte alle menschen nach österreich sperren wäre der mindestabstand immer noch kein problem es ist alles quatsch ja es ist genug für alle da diese welt hat hat nur den überfluss im sinn und diese welt liefert den überfluss in jeder erdenklichen form und da ja ich verstehe dieses dass dieses dieses knappheitsdenken auch nicht aber genauso kriegt man so ja dass man sagt über den verstand du kannst das nicht mehr kriegen und das nicht mehr kriegen muss dich impfen lassen stehe ich in bremen auf dem weihnachtsmarkt kann man nicht mal kaffee leisten weil ich kein rotes bändchen habe das muss man reinziehen dann sich davon dann aber auch nicht in die wut bringen lassen ja oder nicht in den hass oder nachkommen ist eine ganz schwierige aufgabe also deswegen genau das momentan sehr schwer das heißt wieder was wir das letzte mal hatten in uns wohnen ja alle eigenschaften nur die frage lasse ich jetzt den hund raus ja ja genau ich stand auch da dachte ich stand auch da dachte es kann ja es nicht wahr sein oder der weihnachtsmarkt offen ich dachte wow ein offener weihnachtsmarkt in deutschland das ist ja da war ich schon gefreut da hatte juhu drüber gelaufen ich darf ihnen keinen kaffee geben ich will ja nur das ein bisschen umsatz machen nein nicht das mache dann 5000 euro strafe da hat mir geimpft dann kaffee ausgegeben das musste man reinziehen ich bin hinter die bude gegangen und den zu trinken damit mich das ort dass die 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 ordnungskräfte nicht sehen ja ja genau das ist ja den ihr spiel zur stunde das lässt sich spielen und da jetzt sich raushalten und sagen okay ich gehe da nicht in die emotionen ich gehe da nicht in diese wut rein dann haben sie dich dann bist du genau in der an im anderen part von dem spiel der abläuft deswegen kann man schon alles gut aber man muss einfach aufpassen in welche richtung läuft wenn man merkt dass das kippt raus da sofort genau genau das kann sich an das wort erinnern geschlechtslos sein das ist genau das gemeint das ist die rote und die blaue die aufgabenstellung heißt dich rauszunehmen rot und blau ist das geschlecht und rauszunehmen und in dem moment geschlechtslos zu werden damit dieser teil in mir dass dieser wirkliche aggressionsteil in mir der in uns wohnt und in jedem menschen nur die frage aber freigelassen wird oder aber mit liebe dann beruhigt wird das ist die große herausforderung die wahl haben wir alle diese wahl können wir alle treffen genau genau das ist der entscheidende punkt ja nur die herausforderung ist wenn ich einen bestimmten grad an fliegen schwärme der gedanken habe dann kann ich es nicht mehr kontrollieren dann macht es ist mit mir dann tut es mit mir ohne dass ich es will und hier lässt sich dann sagen ich lebe das leben der anderen und nicht mehr mein leben so wird es in der überlieferung auch dann immer bezeichnet dann ist es spannend außer dann wirst du gelebt genau 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 und das ist ja das ziel dass bestimmte organisationen dass wir nach denen leben nach diesem nachahmeffekt und die herausforderung ist dass wir das wohnt wieder in uns existiert in uns dass es die möchten wir die möglichkeit als eigenschaften haben nachzumachen nachzueifern machen wir schon ganz früh ja auch die kleinen armen ja nach ja haben wir haben etwas nach und ja glaube dass das unser leben lang dann auch ein stück weit immer uns begleitet ja dass wir die tendenz zur nachahmung haben das fällt vollkommen recht das ist ich habe das gerade letzte woche hatte ich ein info abend mit über 500 teilnehmern und da habe ich diesen vergleich auch gebracht das ist einmal ins bild einfach mal zu übersetzen das ist ungefähr so wenn du wenn du wenn dein spiegelbild plötzlich anfangen irgendwas vorzumachen du wirst durch das spiegelbild gezwungen das nachzumachen das würde sich sehr sehr komisch anfühlen aber exakt das wird gerade gemacht ja stell dir das mal vor da stehst du deinem spiegelbild der spiegel macht so dann stehst du da und musst das mitmachen da würdest du erst mal gucken würdest du feststellen genau so läuft das ab ja nur eben über über einen anderen mechanismus das heißt du kriegst die ideologien kriegst die idee und jetzt heißt jetzt halt auf so in der art dass alle machen ja michael da haben wir dir eine sache bitte noch dabei auch in uns wohnt ein aktives muster und ein reaktives muster ein mustern zu handeln oder zu warten ich denke gerade bitte mögen es mal alle nachsehen und als gedanken bild im raum geben in den überlieferungen heißt es wenn du zu gott betest reicht dir steine stadt brot hört sich erstmal eigenartig an ein wenn wir mal in die religion hinein denken dann haben die gesagt du musst zum lieben gott beten musst du jesus bieten dann hilft er dir was haben die menschen damit bekommen du musst nur beben und warten so dann hat es nicht funktioniert dass der eingegriffen hat dann haben sie den verkauft dann musst du noch besser beben dann hat es immer noch nicht geholfen dann haben sie gesagt da musst du in brünstlicher beben nur wenn wir mal hinein denken erstens haben die menschen zu gott symbolisch gesagt was hast du für eine komische welt zu hinterlassen ist das eine das andere ist das bewusst eingeschriftet gibt wieder dass die menschen so lange sie beten nicht handeln und nicht den weg zu sich selber sind das muss man sich auch wieder mal auf der zunge zergehen lassen und dort heißt es in der überlieferung du darfst dich bedanken bei gott aber bitte gott möchte dass du diesen momentanen zustand in die hand nimmst und bei dir anfängst bei dir beginnst darum sollte auf diese weise beten gehen dein kämmerlein schließt deine türe zu und bete zu deinem vater dem verborgenen ist der vater dem verborgenen ist wird es dir öffentlich vergelten genau und das ist in uns und nicht aber bitte und dann haben sie auch noch gesagt da kommt ein erlöser wieder du musst warten bis der dich erlöst und es ist wirklich toll aufgebaut gewesen im sinne der wird schon machen das ist ja genau der punkt die intuition ist der erlöser das ist der erlöser die lösung ist immerhin in einem selbst ja das ist das was ich immer sage ich habe gerade vor ich habe gesagt ich war jetzt auf ein paar seminaren aber unter anderem eins dabei wo es wirklich um intuitions training und da sind sachen abgelaufen wo ich wo ich teilweise wirklich also mein verstand wirklich gezweifelt hat ob das jetzt alles eine wahrheit sein kann aber ich habe das ergebnis schon wieder kein verstand genau schon wieder ich habe ja das ergebnis dagegen verstehst du das ergebnis war ja da ja und und da sind dinge abgelaufen in der gruppe in der ich da war da hat man am schluss tatsächlich 100 prozentige quote wo alle alle in diesem raum nur noch in dem in dem empfinden waren im 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 ersten in der ersten wahrnehmung und dann praktisch das gleiche festgestellt haben und das kann ja kein zufall mehr sein ja das kannst du mathematisch stand und verstandestechnisch auch dann gegen also im gegenbeweis gar nicht mehr gar nicht mehr feststellen dass das dass das nicht möglich ist aber das war tatsächlich der fall und wirklich also da war eine energie drin ich kann das nur sagen hammer mäßig und ich habe da so viel mitgenommen deshalb wird mich jetzt auch über die weihnachtsfeiertage und bis ins nächste jahr wahrscheinlich tiefer rein begleiten ich habe schon geguckt was ich noch machen kann in dem bereich aber es war ein spannendes thema wo ich gesagt habe das gibt es nicht und das ist der hammer und da fängst du dann logischerweise langsam ganz langsam an deiner intuition und einem ersten impuls wieder zu vertrauen das vertrauen ist es dann letztendlich wo du sagst da liegt die lösung und das ist der erlöser der kommt nicht von außen der fliegt nicht von von der wolke oben runter und sagt zack das ist auch immer sehr spannend wenn diese messias geschichte draußen kommt dass zu dem zeitpunkt erst mal alles ganz katastrophal sein muss sonst muss ja der messias nicht kommen ja genau erlöser ich komme ja klar genau also wenn du das glaubst hier noch mal wir kommen jetzt gar ein bild und ich sehe meine bibliothek vor mir gedanklich vor mir und ob wir jetzt die deutsche mystik nehmen ob wir hermedische tradition nehmen ob wir gustav meyring nehmen grüne gesicht ob wir schwedenberg nehmen ob wir alle wenn das entschlüsselt sieht goethe nehmen wenn man es entschlüsselt und aufblättert dann kommt immer dabei raus dieser weg zu dir selbst eingekleitet auch wieder in personen in handlungsweisen die eigenschaften bezeichnen die man dann beruhigen muss besänftigen muss gegen die man kämpfen muss wie du vielleicht mit einer angst auf weihnachtsmarkt für drei sekunden gekämpft hast es war nicht die angst es war es war die 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 der kampf gegen die fassungslose ohnmacht die ich da hatte aber ich habe gedacht vielleicht die angst dass du keinen keinen glühwein bekommst glühwein scheint sowieso aus ich denke ja eigentlich kein alkohol nur nur ausnahmsweise der der jetzt die 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 wissen was ich meine wissen was ich meine und aber aber ich habe generell was ja kein alkohol trinke ich nicht ja es gibt eine ausnahme aber okay und der punkt ist der der dass ich ganz genau festgestellt wie dieser prozess das ein stück weit läuft ja es war wirklich das erste mal dass ich mir jetzt wirklich so was aus ich mir mich selbst so was ausgesetzt habe und dann festgestellt also das ist schon mein lieber man ja wenn du das mit früher so vor corona vergleichst da konntest du einfach auf den weihnachtsmarkt trinken oder kunst oder was auch immer und wenn du lust hast kaufst du noch ein paar wolle socken und ein paar lampfellhandschuhe keine ahnung ja und vielleicht eine schöne kerze oder irgendwas das war alles aus maskenpflicht auf dem weihnachtsmarkt und dann denkst du okay gut wunderbar aber es ist das ist diese das ist diese seite und alles in ordnung und die herausforderung ist mal auch die frage zu stellen dann die aufgabenstellung dahinter lautet sich nicht mehr darüber aufzuregen genau es einfach lassen das ist die aufgabenstellung wir wissen nicht ob der wirklich dadurch geschützt wird weil der irgendeine bestimmte gesundwertung hat den gang kill kopf krebs und dann natürlich sicher ist wenn der das auf hat wir wissen es ja nicht und hinein zu stolpern und zu sagen ja schau mal hin alle sind wir wieder in der gleichmacherei genau nehmen die individualität des menschen weg wir können höchstens die frage stellen wäre mal interessant zu wissen warum der eine maske trägt und diese rein generalisierung ist schon wieder gleichmacherei also du merkst die herausforderung ist was uns da außen angeboten wird und wie unser denken beeinflusst worden ist dass es wirklich wir dürfen hier schon sagen minütlich am anfang eine kontrolle bedarf im sinne was was denke ich was geschieht hier mit mir genau um diese diese ruhe diese stille zu bekommen und jetzt kommt schon wieder die gegenbewegung diese stille ist nicht normal was macht man jetzt das machen genau also du hast es wirklich auf den auf den punkt getroffen die das fing dann bei mir auch an ja und und kann doch nicht sein und und werde ich und und was auch die art und und aber ich habe es dann gelassen dann komm lass gut sein es ist wie es ist und okay dann dann kann ich diesen netten herrn leider nicht finanziell unterstützen aufgrund der einbußen im im jahr dann ist es halt so aber ich habe ihm dann das geht trotzdem auf den tisch gekleckt habe sagt was auf mich noch mal ich habe ja menschen auch gecoacht die depressionen haben am anfang wenn ich mit denen gesprochen habe das erste war dass ich gesagt habe gott sei dank haben sie eine depression dass er ausgeflogen sind aus dem hamsterrad ja denk an 1 4 die waren nur in der vier klar die waren nur in der vier dann sind sie halt mal raus geflogen und jeder das können auch psychologisieren jetzt fängt in der depression an dass der mensch anfängt mit sich selber zu beschäftigen mehr wollte das nicht nur dass der nachteil ist dass in unserer zeit es war dass er wieder salonfähig fürs hamsterrad gemacht werden sollte aber nicht den weg zu sich selber gehen sollte das ist der große unterschied wurde nur wieder wieder aufgerichtet um im hamsterrad für eine bestimmte zeit wieder mitwirken zu können um in der hoffnung dass ihn wieder raus schleudert ja aber ein nüchternes auge noch mal depression ist nichts anders eine depression es geht nach außen eine depression ist irgendwas möchte nach außen und geht nicht raus können wir ruhig dieses wort nehmen so das war das erste und das zweite was ich dann immer gesagt habe die große herausforderung ist wie bekommen wir jetzt bei ihnen diese ruhe in der stille hin damit sie diese ruhe annehmen können deswegen ich habe es jetzt ganz bewusst deshalb noch mal gesagt weil in jedem menschen noch dieses gewohnheitsrecht wohnt wie war es vorher und das nimmt der mensch dann als normal an das loslassen ja hamsterrad und dazu jetzt noch diese unruhe in mir das haben die menschen als normal gesehen ja das war der normale zustand genau vom einen ins nächste ins nächste ins nächste ins nächste hattest du das was du schon hattest dann musstest du gleich gucken was das nächste ich habe das letztens beim ja ich weiß gar nicht irgendeinem interview habe ich das auch gesagt hast das neueste handicap da war das nächste schon angekündigt da wusstest du ganz genau jetzt musst du jetzt hast du das ist schon nicht mehr das nächste jetzt musst du schon wieder das nächste holen so in der art es war auf dem automarkt das gleiche das ist egal wo du hinguckst ist dieselbe systematik und und das war langfristig denke ich von vornherein zum scheitern verurteilt weil irgendwann ja ich finde es mittlerweile extrem langweilig muss ich dir ganz klar sagen weil wenn man die struktur und die systematik dahinter erkennt dann stellt man fest das ist immer das gleiche das ist immer das gleiche das ist immer das gleiche und es wiederholt sich das ist wie täglich grüßt das murmeltier nur ein bisschen anderen inhalt aber aber es ist immer das gleiche und das loslassen da kann ich nur sagen da gehen plötzlich türen auf da denkst du das kann alles nicht wahr sein und da gehst du so ein bisschen die selbsterfahrung so ein bisschen mit ein paar sachen experimentieren plötzlich stellst du fest dass das ding hier eine ganze menge kann das kann eine ganze menge und da ist einfach auch die möglichkeit sein potenzial und seine kraft so zu steigern dass man sagt in der ruhe liegt tatsächlich auch kraft genau und diese ruhe wird ja dann hat den vorteil du nennst es gerade intuition in meiner in meinem mystischen dasein wir nennen das ja dann dass die seele sich drüber legen kann und jetzt wieder aus sich heraus kann erst noch mal muss aber bitte bitte die mandarine geschält werden und das innere das sind wir und die mandarin die schalen müssen weg und jetzt haben wir schalen beim obst die wie beim apfel wo man sagen können okay kann man vielleicht sogar mit essen und dann gibt es nur schalen die essen wir jetzt besser lieber nicht mit und es dauert ein bisschen bis das ganze geknappt ist im wahrsten sinne des wortes so das da drinnen das ist wieder unsere seele und das gilt es zu befreien hier darf man wirklich mich halt das wort zu befreien aus einer gefangenschaft aus einer knechtschaft die ganz bewusst in die welt getragen wurde und das geht es wieder ja heraus zu stellen um anderes wort zu benutzen und dann kommt dass das jetzt die seele wieder diese intuition liefert diese urbilder liefert wie es in der überlieferung heißt aber bitte urbilder auch genau in dieser symbolik weil unsere seele nicht fränkisch versteht auch nicht deutsch versteht auch nicht spanisch versteht oder englisch was wir jetzt hören wollen die hat ihre eigene symbol sprache und das meint archetypen das ist der punkt wenn du dann bilder kriegst irgendwie dann hat das für dich eine bedeutung es gibt eine ursymbolik die ist gleich das hat für alle eine gleiche eine gleiche intention aber aber letztendlich ist das die art der kommunikation das heißt also es ist nicht unbedingt sprache die benutzt wird ja sprache ist immer ein zeichen dafür dass etwas in die kodierung geführt der sprache ist nun anzeichen dafür dass du eine seele hast ja das kann ich nur sagen dass weil das ist das licht und die seele benutzt andere 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 kanäle und das und das ich sag mal zu kommunizieren was was für die seele je nachdem in dem individuellen zustand auch wichtig ist und das drückt sie dann über die verschiedensten wege auch aus dann ist es wichtig dass wir lernen wieder auf diese signale zu hören genau und michael arke heißt ja ursprünglichkeit und hier braucht man auch die ursprüngliche symbolik die seele kann nur mit der ursprünglichen symbolik mit uns kommunizieren gibt noch andere träume wir nennen das vor der das ist die geisterwelt träume wo wir unser tagesgeschehen verarbeiten nur die gefahr ist eine riesengroße geworden dass die masse der menschen zur stunde nur geisterträume hat und nicht mehr rankommt an die ursymbolik und mich rufen immer wieder menschen an die wissen dass ich ein bisschen mich mit der ursymbolik auskenne und die kriegen das rein wissen aber selbst nicht die haben sich nie mit beschäftigt kriegen dinge rein es würde keiner glauben es würde keiner glauben also so mal ein zwei beispiele machen also ursymbolik nehmen wir mal an ich gehe jetzt mal die annahmen nehmen wir mal an du träumst vom tod oder vom tod das höre ich auch ja schon träumen dass sie gestorben sind oder dass sie jemanden getötet haben oder irgendwas gemacht haben der tod ist etwas was jeden menschen betrifft das ist etwas was dem keine ausweichen kann also gehe ich davon aus dass es genau die elemente sind die eben auch mit einer ursymbolik verbunden sind also daran kann sie ja ein stück weit ablesen sodass das was bei allem tatsächlich gleich ist ja auch arten oder luft herunter verstehen vielleicht was bedeutet das was würdest du sagen wo symbolik jetzt müssen wir erst mal alles auf die seite schieben aber wirklich alles auf die seite schieben weil unsere seele auch nur dieses 1 4 prinzip wie die seele gibt die menschen jetzt informationen was zu tun ist um der seele ein stück näher zu kommen und dort bedeutet immer wenn menschen träumen vom tod sie mögen bitte diese nur vier töten wirklich töten und zu 1 4 zu gehen aber dafür musst du die nur vier töten erinnere ich mal wir haben mal gemacht die zehn gebote du sollst nicht töten die verbindung zu mir da findest du ein bisschen die analogie darin ja genau und so flamme wenn jemand vom feuer träumt das bedeutet entwicklung denkt bitte hier gerade an der hoch ist auf dem berg und dort der brennende dorn im busch der in der bibel bis heute nicht der löscht ist das bedeutet entwicklung ja und so können wir da diese uhr aber mir das ist noch nicht einmal so wichtig momentan ich denke unser erster auftrag ist noch den menschen diese ruhe zu geben dass das überhaupt auftauchen kann so hättest du so ein patent rezept wie wie man das anstellen könnte um zumindest mal so einen ersten schritt in diese richtung zu machen was würdest du da empfehlen was ich da empfehlen würde ich mach mal hier mein computer auf wir sind es ganz am anfang schon mal durchgegangen und jetzt scheint es ja immer spannender zu werden die thematik nur reine genau ich lese mal bar blickpunkte die ich selber zusammen geschrieben habe aus den einweihungsschritten aus und das nennt sich jetzt einweihungsschritt ja und dort haben wir zum beispiel die uns bekannte nur die seitige nur äußere welt für den körper für den geist und die seele schlafen legen warum weil diese außenwelt ich kann mich da immer nur wiederholen diese außenwelt nur ein ziel hat zur stunde uns wegzuführen von uns selbst und diesen weg ihm nicht zu gehen dass der mensch diese ruhe bekommt sein gehirn schlafen gelegt ist damit das innere das letzte mal habe ich gesagt der chef wird mir fällt kein besseres wort ein so dann sich die magneten der vielheit der bösen vier in der außenwelt erziehen gab natürlich auch das gegenbild möglich ja die möchten ja dadurch schaffen sie es den menschen in die knechtschaft zu bringen ihn abhängig zu machen ja das ist das ziel was ist die gute vier man könnte sich von der guten vier anziehen zu lassen oder genau das ist dann diese ursprünglichkeit wie gott die welt erschaffen hat bitte gott nicht kirche okay sondern dass die warum gibt es bäume und dort nicht nur den baum vermessen sondern was will mir der baum in wirklichkeit erzählen und gibt es verschiedene bäume warum sind die bäume grün und nicht lila das ist diese ursprünglichkeit und hier muss man bitte immer noch mal hinein denken dass damals wie alles in der urbau form festgelegt worden ist ein system dahinter ist genauso wie hinter deinen wenn die seele träumt infos gibt ein system dahinter ist und nicht zufällig irgendwas hinein geschoben worden ist wo man sagt jetzt probieren wir es mal das hat alles weiß was dabei rauskommt genau es haben auch steine ihren sind und alles und wirklich alles muss sich an dieser urform orientieren der einzigen der bisschen durch seine freiheit davon abgekommen ist ist der mensch und da ein bisschen ein bisschen ja okay nur ein bisschen kommt schon wieder zurück so hier habe ich noch mal stehen die gefahr des nur polaren denkens durchschauen nur für gegen für gegen deswegen diese dritte position diese geschlechtslosigkeit ich sage manchmal wenn mit euch jemand redet und der sagt ja ich bin für ein sprudel dann sagt einfach mal und der fragt mehr was denkst du über den sprudel dann sagst du beides der ist gut der ist schlecht beides und jetzt sind wir konditioniert worden dass wir eindeutige entscheidungen treffen damit wir wieder in dieser polarität hängen er ist beides es wird menschen geben die mögen es wird menschen geben die nicht mögen er ist beides nur zur stunde ist es noch so wenn man sagt beides dann werden die noch verrückter außen weil sie polarisiert sind ja er ist ja auch beides kuh ist auch beides nur die kuh interessiert es nicht ja nur dass es dient bitte michael alles dazu dass die menschen ein bisschen diese wertung rausnehmen diese spannung rausnehmen ich habe gerade vorhin ein spannendes erlebnis kam das möchte ich mal kurz daraus hauen okay ich war kurz in der im edeka hier um die ecke und habe eingekauft so ein paar sachen und bin dann vorher an den bäcker weil ich noch nach hier ein brötchen kaufen wollte irgendwas und jetzt hat das 75 cent gekostet ich habe nur ein zwei euro stück in der hand und dann sage ich zu der dame okay also hier hebt die zwei euro hin sagte zu mir wenn ich bei mir da drüben jetzt muss man wissen der ist umgebaut das ist also neues neuer bäcker reingekommen und die können da kein geld mehr annehmen also da schmeißt du das dann in so ein wie bei das tankstil schon mal gesehen hast du schmeißt das in so ein apparat rein der nimmt dann die zwei euro an und gibt dir das wechselgeld raus und ich nehme das wechselgeld raus und sagt danke dann sagt die verkäuferin bitte sie habe ich nicht gemeint ich habe ihn da gemacht den blick hättest du sehen soll es war einfach ein impuls in diese ecke ja so und da dann gerade dein show eigenschaft gewirkt ja klar ich habe für mich immer noch diesen blickpunkt wem schenke ich meine lebenszeit energie oder was ja oder was schenke ich meine lebenszeit energie weil es ja auch wieder darum geht wir haben noch zu beginn unseres interviews es gibt zeitenrhythmen leben tot sein leben tot sein so gibt es auch den lebensfrühling den lebenssommer den lebensherbst und den lebenswinter in die über dem todenbuch wer das sind alles leider gottes in unserer zeit sprüche geworden und diese ernsthaftigkeit ist häufig verloren gegangen wer leben lernen will muss zuerst sterben lernen und zwar deshalb dass er weiß dass er nicht unendlich hier spazieren geht sondern endlich ist und damit sich mal die frage stellt es ist ein teil meiner lebenszeit wie möchte ich diesen teil hier bewusst auf erden verbringen genau ganz genau das ist die frage und man braucht auch keine angst haben davor irgendwie in irgendeiner form es ist auch was was ich mir in den letzten fünf jahren wirklich ich lache mittlerweile noch darüber ja ich freue mich tatsächlich sogar ein stück weit auf weil ich mir ganz klar oder weil ich mir absolut im klaren darüber dass jetzt auf der einen seite verstandes ebene auf der anderen seite auf der intuitionsebene also ich weiß dass da dass es weitergeht das weiß ich in jedem fall es wird noch form weitergehen da bin ich mir auch absolut sicher die die so genial ist dass das nicht für möglich hält das denke ich ja das denke ich einfach und deswegen also alles gut ja das ist nicht hier so konzipiert worden nach dem motto du bist hier dem diesem diesen höllenkäfig ausgeliefert so nach dem motto nur weil adam vom falschen apfel gegessen hat ja das ist nicht der fall das ist erstmal hat eva eva genascht vom apfel die frauen sind schuldig das war ein scherz bitte bitte das alles symbolisch alles quatsch alles quatsch alles quatsch ja genau man braucht ja auch hier wieder schuldige wer der mensch im paradies hätte anders damit wurden ja die ganzen dogmen aufgebaut ja die wir die wir jahrhunderten haben wir jetzt mal die aufzeigen dann auch auch durchleiten mussten ja so von wegen und also ich kann das nur noch mal sagen hätte bitte 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 ja nicht 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 in bildern denken ja hier hier noch mal bitte auch gedanken der angst und verwirrung in innere sicherheit wandeln wenn wir wenn ein mensch merkt dass er sich was anzieht oder macht wo angst in ihnen aufsteht die da ist und da sein darf weil jede eigenschaft vorhanden ist dann sich die frage bitte stellen dass was da rein kommt will ich das wirklich jetzt oder will ich noch mehr konsumieren von dem dass die angst noch stärker wird weil es kommt ja vom außen mit der verwirrung ist es ebenso es kommt von außen es wohnt eine instanz in uns die sein muss verwirrung so und jetzt ist die frage möchte ich diese verwirrung von außen her weiter füttern ja oder nein wenn es füttern möchte dann soll er es weiter anschauen sich damit weiter beschäftigen wenn es nicht mehr füttern möchte da muss ich sagen und tschüss loslassen das ist einfacher gesagt als getan das ist mir absolut klar ja weil viele sind daraus dieses netz der abhängigkeit hinein gewachsen ja das ist unglaublich schwerfällt bestimmte dinge einfach ad acta zu legen aber ich habe das von kann es nur sagen die welt wie sie mal war die kommt so nicht wieder und das ist das ist das ist eher man das begreift umso eher kann man sich auch neue dinge zu lassen das eine einmalige chance ist dass das muss man so begreifen ich habe sie das kann ich ganz klar so sagen ich habe kommen kann noch ein gedanke mit diesem mit diesem tun umsonst mit dieser zillosigkeit in der überlieferung wird es gerne genannt gehe in die vielleicht welt und einfach damit ich kein ziel habe ich habe es einmal gesagt ging es mal spazieren ohne dass sie immer die gleichen wege gehen und diese vielleicht welt nimmt den menschen dann das ziel für den in eine ziellosigkeit in dieser zeit weil keiner von uns weiß genau wo das hingeht ich bin die schwarze seite gewinnt die manche seite viel viel leicht viel leichtigkeit ja genau genau nicht umsonst heißt es gott sprach und es war mal eine biblische meinen biblischen gedanken mit hinein zu bekommen hier noch mal vom schmutz denken der nur vier in die sauberkeit des denkens kommen ja weil es diese minus vier das ist ja schmutz und die frage ob ich den ganzen tag den schmutz aufnehmen möchte oder man sagt ich möchte heute mein gehirn mit sauberkeit beglücken für uns natürlich auch immer ein ganz wichtiger aspekt um hier bitte alle moral wieder raus wenn man moralisch werden ist es wieder gefährlich dann sitzen wir wieder drin moral ist zu einer bestimmten zeit in einer bestimmten kultur die spielregeln mehr ein bisschen eigentümliches bitte aber ohne moral aufnehmen jetzt es gab mal zeit da war es moralisch sehr gut in deutschland einen umgebracht zu haben und die sind auch noch belohnt worden die sind auch noch ausgezeichnet worden wenn sie viele umgebracht haben war auch moral und zur stunde haben wir das war halt niemand umbringt was ich jetzt ehrlich gesagt für sinnvoll halte ich nur dass man mal sieht nur dass man mal sieht wie sich moral herum das sind das sind ja diese 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 narrative die sich eben über die zeit auch verändern verändern können ja zum beispiel die siebten ist aus und so ein begriff der er sich nicht feststehen dasteht stellt ja ich habe das ja mal oder wir haben das mal getestet auch mit dem wort würde ja zum beispiel das lässt sich nicht eindeutig darstellen welches wort welches wort würde die würde die würde die würde das menschen ist ja ausbar so kennen wir das ja aus artikeln grundgesetz also wir haben das dann wirklich auf die spitze getrieben haben den bundespräsidenten angeschrieben sein sollen wir bitte erklären was das wort würde bedeutet ja ja es gibt noch den hochwürden ja aber der hat uns antworten lassen und da stand dann drin dass er von einer definition dieses wortes absieht er kann es nicht ja da rennen wir da draußen rumheben im grundgesetz auch ein bisschen überhaupt nicht was würde bedeutet da haben wir eine moralische vorstellung davon ist immer wieder in der moral so wie du es gerade gesagt hast und damit hast du dann im prinzip immer wieder die wandlungschance unter dieser würde gesellschaftliche dogmen zu 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 installieren die nach denen sich alle richten müssen und das ist wieder normierung ja da bist du wieder in der norm wieder in der gleichschaltung wieder im selben für mich gibt es nur eine norm und eine norm wäre wichtig die sollte man die sollten alle menschen auch verstehen wenn das alle verstehen würden dann hätten wir ja gar kein problem akzeptiere ich selber so in deiner einzigartigkeit akzeptiere einfach dass jeder andere auch einzigartig ist und lass ihn dort das ist sein recht er ist deswegen jeder hat ihren auftrag so sehe ich das mittlerweile ja und deswegen ist das auch ja und deswegen habe ich auch das bitte keine moral weil immer mehr anders konditioniert worden sind von der nächsten liebe erst zur selbstliebe ja und dann kann ich wieder zurückgehen so ist das genau und ich habe dem ich das heidentum wegnehmen die seele muss den menschen führen wer möchte er das ich möchte halte sein und hält sein die kontrolle was 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 welcher instanz gebe ich kontrolle wir sind eigentlich im letzten video dieser 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 instanzen geschichte in der wertigkeit wo man sagt okay was 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 gebe ich denn was gebe ich denn oder welcher worauf worauf höre ich denn also was also höre nicht im sinne von wörtern sondern höre drauf was nehme ich an was was kann ich annehmen ja sagen wir es mal so und wenn wenn bilder symbole oder irgendeine intuition gefühl emotionen keine ahnung irgendwas kommt aus dir raus es kann niemals falsch sein niemals genau darauf wieder vertrauen lernen dass das ist der weg in die ruhe und da da denke ich macht man den ersten richtigen schritt jetzt kommt eine zeit da hat man die möglichkeit sich einfach auch mal wieder komplett rauszunehmen ja und und auch noch mal an diesen tagen auch mal macht einfach mal die tür zu und schmeißt euch irgendwann auf eine auf eine auf eine couch oder auf dem bett und lasst einfach mal ausschalten ausschalten und achtet mal was in euch passiert ja irgendwie in der form keine ahnung so was man geht immer kräftiger raus aus solchen aus solchen minuten stunden je nachdem wie viel man sich gönnt habe ich so festgestellt deshalb haben wir ja in vier tagen weihnachten heilige abend heiligen abend diese vier adventsonntage bloß die 1 und deswegen denke ich können wir beide allen die uns über das jahr hinzug gesehen haben hineingehört haben uns inspiriert haben ganz 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 herzlich danken denn wie heißt es so schön es ist sehr wertvoller satz finde ich menschen wie wir brauchen ohren denen wir was erzählen dürfen und diese ohren sind wirklich für uns das wertvollste was wir außerhalb von uns haben wenn wir in diesem berufsweit tätig ist diesem tätigkeitsfeld genau bernhard ich möchte dir meinen ganz 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 eigenen dank aussprechen auch die tatsache dass wir uns gefunden haben finde ich ja war auch ein zeichen für sich wir haben ein tolles jahr hinter uns viele spannende interviews geführt und jetzt noch mal wir haben auch gedacht wir machen jetzt vor weihnachten noch mal was ich danke dir noch mal auch für deine energie für dein wissen was uns zur verfügung gestellt hast und alle möchte ich sagen danke von mir dass ihr mich den kanal hier begleitet habt übers jahr hinweg ich werde schauen dass wir noch weitere themen mit dazu und dann wird uns nach wie vor denke ich begleiten und öfters mal ja 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 öfters mal was von sich hören lassen auftakt in diese woche und heute auf weihnachten könnt euch ein bisschen ruhe und dann geht's gestärkt in die aufgaben die auf uns warten genau und ich freue mich lieber michael wir haben uns ja noch nie live gesehen ja nie berührt genau und ich freue mich im februar 20 21 ja werden wir uns gemeinsam das erste mal im leben hier auf ehren persönlich in die auge schauen genau und ich habe noch eine sache weil wir ja jetzt doch in einem moment hinein rutschen werden da außen ich werte glauben ab 29 dezember werde ich wie du ja das auch häufig magst ein vier tages also vier tages in vier blöcken vier wochen lang ein seminar durchführen wie menschen zur inneren ruhe führen ist mir jetzt gerade währenddessen gekommen und hast du da irgendwie link wo man das momentan sich da informieren kann dann stelle ich das drunter ja das werde ich dir dann rüberschicken alles das machen und an der rüberschicken also noch mal alles gute gute zeit zu weihnachten gute zeit guten rutsch und alles liebe gute gesund gesund vielen lieben dank und euch auch vielen dank auch macht gut ja wir hören uns wir hören uns alles liebe okay ciao ciao